Meghan und Harry sind Stars, sagt Puppies Love Day, als wir das Model Anfang Dezember 2022 bei der Eröffnung des Parisian Sparkle Pop-Up Café in der Münchner Innenstadt treffen. Im exklusiven Bunte.de-Interview schwärmt er vor allem von der britischen Königsfamilie. Also wer interessiert sich nicht um die Royal? Ich interessiere mich klar um die Royal, aber nicht auf Folge jeden Tag. Aber ich glaube die engländischen Royal sind cool, die Amelia war sehr lustig, wir hatten wirklich richtig Spaß gehabt und wir haben uns in die Instagram getauscht, wir folgen uns jetzt einander. Und sie war wirklich sehr bodenständig und lustig. Wir haben uns wirklich sehr gut verstanden. Doch die 30-Jährige ist nicht die einzige royale Lady, die es Puppies angetan hat. Ich glaube die Show von Meghan und Harry wird ein Erfolg. Es wird wirklich interessant. Ich bin richtig großer Fan von Meghan, weil sie war wirklich in der Serie, sie war richtig fabulös. Ich kippe zu und ich kann kaum erwarten, das zu schauen, weil das wird interessant. William und Kate sind richtig wirklich boring. Meghan und Harry sind Stars. Nicht wie William und Kate, die sind Meghan und Harry. Ich bin Fan. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.